Hallo zusammen zu einer Runde CSGO Ranked Ich gehe durch das Haus Einer ist hier in diesem Pit, glaube ich Einer ist apart FASS Stark gemacht, Digga, richtig stark Joke, er guckt rum, gib mir ein Handy Einer ist apart Kein Ding Kein Problem Auf A Würde ich sagen von den Steps Ah, ich auch Let's go B Soll der ruhig auf A bleiben Nein, 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 nein Pass auf, jetzt ist ab B Ne, ne, der hat da hinten ja schon geschossen Gerade So Geht er rechts in die Ecke oder so? Also ich weiß, wohin ich will Scheiß Jetzt komm hier rüber Did you, did you, did you? Ach, du, ich равln Was machst Okay, geh da noch Na, 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 na Oh, er hat sogar Thank you gesagt Oh, jetzt wird der kämpla-schmeich. Okay, ich koch mit keinen Revolver Wie? Groß anstehen? Okay, ich hab's groß anstehen, aber jetzt... egal. Achso, erst mich am meckern, aber selbst nicht kaufen. Alles klar. Ah, komm Runde 3 genau. Nice fullball, Junge, bei dir. 2,50 nur noch über. Ah, YOLO. YOLO. Juck dich nicht. Ist ihm egal. Ach, keiner nimmt die Bombe mit. Joa. Joa. Schön, dass es in Ordnung ist. Da hat ja niemand was falsch gemacht. Na, 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 erster Kill. Wow. Schießt mein eigener auf mich. Einer ist noch hinten. Pass auf, ich glaub, der kommt hinter dir. Ah. Was? Wie zum... Du bist ja mal richtig inkompetent. Junge. Junge. Wo ist er denn hingegangen? Ah, keine Ahnung. Geh mal weg, Alter. Hier, Alter. Ha, ha. So, so sieht ein Noob aus, Alter. Oh. Willst du die MP7 wiederhaben? Ich hab die Karte... weggegriffen. Ich... Du wirst dich scheiße MP7 nehmen sollen, Alter. In Deathmatch kannst du den Revolver. Ja. Let's go, mein Freunde. Ja. Ja. Nice Teamwork, Guys. Wir sind ja... Das ist ja noch nicht so wie, als ob wir das Spiel gewonnen hätten. Bring ihn doch gleich um! Ei, du friss. Inkompetente Leute. Apartment ist keiner. Ja. Wow. Ist das denn? Die waren ja alle angehittet schon. Durch. Ihr Knifing, ey. Die sind immer so inkompetent. Nego. Bei A läuft irgendwo einer rum. Ja. Hat der Molotow geworfen. Apartment ist einer, ja. Ja, den hab ich hier aber. Komm, planten. Plente. Scheiß aufs Fighten. Plant einfach. Jaaa. Da ist nur los. Bei mir ist einer. Ja, bei mir glaub ich auch. Ich weiß nicht, ob der mich sehen kann. Einer kommt bei mir rechts, glaub ich. Warte, warte, ich warte. Wo ist er? Da ist einer rum. Einer kommt rum. Ah, hab ich nicht mehr. Ach, warum? Scheiße. Warum spielst du den Revolver? Ah, du hast einen weggemacht, ne? Ja, deswegen. Und da kam aber noch einer. Naja, den hab ich gesehen, der kam. Der muss dann durch. Die kamen alle. Der andere war noch von Apartment gekommen. Spätestens. Der hat mich weggemacht. Siehste, Revolver ist scheiße. Ganz klarer Angelegenheit. Ganz klar, Junge. Du wirst es wissen, Junge. Eins. Eins. Zumindest neifeln sie sich nicht. Zumindest neifeln sie sich nicht. Das ist mein Anfang. Ja, warum? Warum? Wenn sie nicht erschienen, sie sich einfach gegenseitig. Nicht mehr neifeln. Ja, warum nicht? Ja, guck, was hab ich gesagt? Hey, das ist... What the fuck are you doing? Da scho sori, ti Durak. Ti nachhin na, sida. Zarese ist dir. Ja, ja. Ja. Bei mir läuft einer rum. Einer war bei Kong, glaub ich. Apartment, man. Da war Dings im Stern. Nee, hätt ich nicht gedacht, dass einer Apartment ist. Ja, okay. Please shut up, man. Meine Fresse ist der hier am Laden, ey. Oh, nice. Das war nice zu machen. He's low life. Einer in seinem Apartment. Pass auf. Der guckt. Oh, nice, nice. Der letzte ist in der Mitte. Der letzte ist in der Mitte, ja. Da ist der, pass auf. Also, da rechts. Pass auf, wenn er jetzt rüberkommt, dann... Guck mir noch. Oh, er hat eine Awe. Ja, nee. Ich sag's ja nur. Ja. Ach, fuck. Wieso drückst du denn, Idiot? Ach, sick, Mann. Ich hab ihn drei Damage gezogen. Ah, ja, oh. Oh, oh. Ja, ich hätt ihn kommen lassen sollen. Ja. Aber ich wollte. Ich dachte, die Granate, da guckt der weg. Ja, wollte, wollte bis inkompetent. Okay, du bist S. Aber egal, du bist trotzdem inkompetent. Ach, zwei, ich mach drei Clicks die Runde. Mein Team ist so inkompetent. Zwei weitere Kills hinzubekommen. Mach ich uns. Lucky, der killt ihn. Pass auf. Der killt ihn jetzt wieder. Me see my friends. Jo, guck. Nein, das war nur ne Granate. Die hat er auf dich geworfen sogar. Ja, das hab ich geworfen. Ich hab ein Rüstung weniger. Unglaublich. Boah. Okay, ich seh keinen beim Fenster. Zumindest beschießen sie sich diesmal nicht mehr. Okay, der geht erstmal schießend da rum. Der gelbe. Okay, einer ist da fast. Jo. Nice, man. Ähm, im Haus ist keiner. Links von dir. Ähm, im kleinen Raum. Also, der kann nur da hinten, wenn einer sein. Da sind Steps. Aber ich glaub, die kommen von der Mitte. Ja. Ja, easy. Was? Ich hab gar nichts gemacht bis zu runter. Boah, nice. Nice. Komm schon. Richtig snicker. Nein. Richtig snicker hier alles. Jungen, guck dir diese Punkteverteilung an, Alter. Wie hast du schon wieder 26, 24 Punkte, Alter? Und los. Ja, durch Bombeplanung. Und los. Ich hab zweimal geplantet. Das sind vier Punkte. Carries schon wieder. Und was ist das? Diese Map ist scheiße. Ja, die Map ist auch scheiße, ja. Nur weil es bei mir jetzt läuft. Ich mag sie nicht. Junge, beweg. Was ist das denn? Ernst, Alter. Inkompetente. Spass, dieser. Ohne Scheiß. Und immer dieser gelbe Junge, Mann. Der hat mich auch vorhin gerade angeschossen. Weil der einfach meinte rumzusprayen, wie ein letzter Mongo. Einer, einer ist das mal. Warten wir. Ich. Zum kleinen. Doch, da ist einer. Ja, ausschütlich. Hör einfach auf zu schießen. Im kleinen Raum ist einer. Ja. Der Heddy, Allah. Ich glaub der war für mich der Heddy bestimmt. Der ist in der Lidded Hose. Bei der Spawn. Er ist camping. Jetzt sehen wir ja mal ob die Code was riekelt, Alter. Okay, wenn er den killt, dann ist er sogar vor mir wahrscheinlich. Mal schauen. Ja. Ja, gut, das hab ich auch im Begriff. Don't step, don't step. Don't step. Yeah. Don't step. To your left side. Ja, fängt er wieder an zu step. Mann, Junge. «Why you stab»? – Ach, orange please, shut up man. Ich hab' dir ge-tab' dir. Aus dem, aus dem, aus dem. Aus dem, aus dem… Aus dem, aus dem, aus dem… die Texte von Piano wird die eigentlich schon wieder der Fallen Europol Junge ich krieg hier eine Fläche nach der nächsten in und was auch in der Mitte könnte jemand sein ja ich weiß ich bin was auch da kommt bei dir 1 ist mittel, 1 ist mittel oh Gott 2 mittel oh ja 2 Mann mittel ja ok Orange we know we have attack you ok dein englisch ist am besten ja was soll ich mit safen in der AK ne was du hast hier nach kannst du dir nichts kaufen wenn wir die Runden die Tür kann man aufmachen ne mach die aber lieber nicht auf ne ach ok ich geh dahin oh oh lass es lass es das ist so dumm würdig geh hier in die Küche hier rechts jaa in den Kühlschrank alter wie Indiana Jones überlebst ne Atombombe da kommst du nicht hoch das hab ich schon probiert fucking idiot warte was sagt der fucking idiot ja was soll ich denn machen Alter ja ich glaub er meint nicht dich ich glaub er meint gelb er heult immer noch aber gelb ist echt penetrant mit seinem Team Damage hast du ja sogar einen Bot besser pass auf pass auf aber wir müssen gleich erstmal eine Outside nehmen oh nein man ich weiß nicht wie man wie kann wer kann darauf man muss Outside nehmen können im Spiel das muss man per Abstimmung was soll denn das eine Minute Pause ja aber ich sag mal schlecht ist es nicht ja für Rankeds äh also in ähm ja wir spielen ein Rankeds das ähm ich mein bei Turnieren oder so aber doch nicht im normalen Ranked doch wenn du auf Klo musst oder wenn du dir Essen holen willst ja komm Digga hier kommen Abstimmungen Outside starten ja wir müssen unser Team ein bisschen anspawnen ohhhh vollkommen zu nein Digga wir müssen Dingens kicken lass COD kicken ja geht so auf den Sack damit ja jetzt krieg Yellow ja das musst du mal AVP ist Banana ich kann nicht zu machen was macht der Gelbe da ja lass ihn mal wie ich auch heißt der COD ne ja was äh was ja COD und ok COD 100 dann mach mal 2 nein boah Junge oh Banana step oh Gott war das wie alter das war super gemacht Junge oh man warum drück ich linke Maustaste das dieser Schuss äh 2 guys Banana oh ich drück schon wieder links 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 aber es brauchte ja 10 Jahre bis der mal einen Schuss raus gibt damit oh hätte ich rechts gespamt hätte ich einen Kill gemacht ist er ey links drück ich schon mal eh mehr hehehe ah ja oh mein Gott oh 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 ok ich dachte schon er impft er hat erst viel Token Digga man das ist unser Guter ne Lila ist unser Guter ugar schade schade ach Junge ach Why canon Ah, Pärla, so ne Scheiße. Digga, wir können kaufen, wir können kaufen. Ich konnte kaufen, ich konnte kaufen. Das braucht man erst rücken, wenn's losgeht. Es sei denn, die haben das gepatcht. Ey, jemand muss ihnen die Bombe abnehmen. Ich hab's nicht mehr. Ey, jetzt soll der Bock hier bleiben an der Unten. Du Hurensohn, genau, bleib einfach stehen da. Junge! So gehen wir eigentlich nicht. No, no, no! Was machte der? Das willst du gar nicht wissen. Er ist tot, ja. Tu Geist bei einer Nacht. Oh, von wem kann denn die Flash wieder? Okay, das war nice. Nein, Mann, das treff ich schon wieder nicht! Mann! Tu Geist in the Summit. Oh! Oh, das erfahrt was. Okay, wird einer, geht's ab. Okay, nice. Bei mir müsste noch eigentlich irgendwo einer sein. Ja, dann geht B, oder nicht? Nein, nein, go A, go A! Er war's bei einer. Na, dann geht er wahrscheinlich hinten rum, ne? Ja, kann auch sein. Ich weiß aber nicht. Er kann halt überall jetzt rein theoretisch sein, von der Zeit her. Ich muss schon planten, Junge. Junge. Er verrat dich noch, ist okay. Was für, verrat mich doch, Junge. Okay, die Smoke. Okay. Es geht doch einfach in die Ecke, da. Ja, hab ich ihn doch schon gesehen. Oh, den hast du nicht gesehen, ne? Den hast du nicht gesehen! Easy. Aber ja nicht. Ne? Ganz kurz hab ich die Besuchung gelesen. Da kann man ja mal klatschen. Tja. Ja, Alter. Timmel. Zwei Kills. Ja, sie säuft bei mir. Das kommt noch, glaub mal. In der Halbzeit. In der Halbzeit, ja. Wir können ja kurz in der Halbzeit nehmen. Nö, gestern hab ich mit Matthias das Spiel gemacht, da war ich Erster. Das ist so. Wow. 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 Gestern wurde ich auch Erster mit ne Revolver in ein Team-Deathmatch-Game. Und? Ich kann ihn trotzdem nicht. Wow. Eier, was ne Flash von Orange. Einer ist, glaub ich, wieder Apartment. Aber ziemlich sicher ist dein Apartment. Einer ist, müsste eine A sein, irgendwo. Einer ist Apartment, der kommt. Scheiße. Da doppelt. One is A. Einer ist noch bei A. Pass auf. Ja, ja. Einer ist bei uns A drauf. Bei uns? Wir haben A. Hier sind A, ja. Jaja, aber der ist, A, der ist hinten wieder in dem Haus. Äh, das A. Ja, was für Impulse. Das ist B. Na, ey, wir brauchen die Bombe. Oh, grad mal wo die Bombe ist, wenn sein Blick fällt. Ja, warte. Ich schmeiß Flash, ich schmeiß Flash. Ich hol sie. I go to B. Ach! Nein, nein, komm B, komm B! Fight nicht gegen ihn, lass es lieber. Naja, aber der andere ist... Ja, ich hab keine Ahnung, der andere ist. Und da ging von B durch. Also könnte sein, dass er... Dass beide A sind. Okay. Ähm, ich bleib am besten... Ich bleib. Jaja, bleib einfach da. Ich... Äh, guck Banane. Ich darf hier... Wenn sie von Spawn auskommen. City Spawn. Wir können... Oh, okay. Let's... Bei mir kommt einer auch. Also... Bei mir ist einer. Ich hab ihn. Oh, bei mir sind beide. Nice. Nein, 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 nein ja jetzt kommt der botnipp ich komme der ist dahinten wo du warst er kommt vor mit ner piste da ist noch einer noch einer noch einer noch einer er ist links ab aber sauber ja gut das B jetzt frei ist oder? ja ja zwei mann sind ja ja ist frei come to be orange ich weiß auch nicht wo ich plant ein Ecker ich plant einfach scheiße ja 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 der war genau in der Ecke ich dachte beide sind ah sorry deine Info und so wie I think du denkst ist so ja ja woher hast du Scheiße da ist hier ich kann nicht hier dran nicht plant jo jetzt ja 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 bist du du zu plänen beim Bombenlind Tja, das ist kein Wunder ist es echt jetzt muss ich ich denk immer ich hab ne Waffe weil ich immer den BOT spiele Na guck mal, wir regeln das so. Ohne diesen scheißgelben Mager, der voll auf die Eier ging. Ja, weil der hat uns ja eher geschadet, als er irgendwas gebracht hat. Aber wieso macht man das? Ja, weil die Leute nicht kompetent sind, keine Ahnung. Weil die abgedrängt werden sollen. Oh mein Gott! War hinter mir einer? Oder war das eine Köder? Mit dem Bot spiele ich immer noch mit meiner Akamera. Alles. One more, one more banana. Klar, okay. Wo war der rechts, ne? Banane ist noch einer. So ne Scheiße! Play safe, play safe, ich komm, ich komm auch. Aber ich geh hier durch, ich geh hier durch den Tür. Einer ist hier, äh... Ja, pass auf, Banane ist auch einer. Ah, ich guck hier links. Wir können noch B gehen, ist mir egal. Die Leute seh ich keinen. Ich weiß jetzt nicht... Ne, du eigentlich... Ich geh jetzt nicht, oder? Okay, lass B, bei anderen ist A. Ja, nie. Es sind zwei, denk dran. Aber komm, komm. Ich seh keinen auf B, aber ich geb keine Garantie, dass... Scheiße, er ist, äh, zehn Leben noch. Beim Truck. Links beim Truck, dahinter ist er direkt. So. Moin Moin. Hinterbrunnen verstecken. Lampletten, genau. Ja, ja. Wir haben ein bisschen theoretisch von hier kommen. Praktisch gesehen... Ist das nicht... Ist das nicht... Na, 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 na... Ganz klar. Also... Praktisch ist es was anderes, ob er von da kommt. Ah, na. Okay, ich gebe zu, das war ein bisschen leichtsinnig. Egal, egal. Drei Runden noch. Nicht geil. Wir hätten es noch mal gewinnen können, die Runde. Aber ich... Ich bin ja mal zu inkompetent. Du hättest nicht kaufen sollen. Das andere kauft auch. Naja. Einer kauft. Und der Bot. Aber der Bot... Den kannst du nicht mit sich. Der auch. Der kauft sich ne Scheiß, ähm... Hier, 520, oder wie die heißt. Ach, ich hasse die Waffe. Warum kann die Lege... Die, äh... Die, äh... Die zähle ich auch schon als Waffe, Alter. Die ist so OP im Nachkampf. Wenn man die rechte Maus haste, den mal drückt. Und nicht immer die linke. Und dann so Dauer drücken macht. Und dann kommt kein Schuss raus. Vielleicht komm hier nicht runter. Wird schon sagen. Okay, im kleinen Raum ist... Also, jetzt musst du schon durch. Wie, Alter? Ohne Flux... Soll ich den Bot nehmen? Ja, ja. Nimm, nimm. Oh, der hat auch noch ne... Diese Scheiß-Waffe. Ja, die im... Oh, da ist er. Boah, die Bombe ist nach oben. Äh... Kann das sein, dass welche noch gewesen ist? Ja, kann... Äh, ja, wahrscheinlich. Nein! Der Brachflug ist bei A. Transport. Rechts. So. Links, 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 geh links, rennen! Der ist hier rechts dann. Ja! Super! Deine Info! Was? Er ist rechts, du musst ihn halt töten. Ja, okay. LBP. Ich sag ihm jetzt überhaupt nichts mehr. Ja, ich sag ihm jetzt überhaupt nichts mehr. Kann sich gehackt legen, Alter. Okay, purple. Okay, purple. This was beautiful. Shut up, bitch. Hey, please Orange, eh, your flame ist... OP. Nein, 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 nein! Let's play in this shit game. Play what? Ich hab ihm nur ne Information gegeben, aber ey... kiii, 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 ok... ich dachte es ist ja schon Jogi, jetzt holen wir mal ein paar Kills, auch wenn du ein Kämmchen mit dem Bot gemacht hast, wärst du erst mal 5 Kills ja der Protzer holt mich durch ein, aber egal ich bin B, ne, I'm planting B bewirkt ihr jetzt eure Ersche in Richtung B ja, ich komm ja schon, ich musste wieder außen rumlaufen sorry, dass du außen rumlaufen musstest, tut mir echt leid sauber Jungs, sauber wenn ich sie in die Runde holen wir noch sauber Jungs ja, siehste ich hab mal richtig sneak, Alter ich wird wieder besser, Swilla, Junge ich versteh nicht ich soll werfen, meine Waffe weg, egal egal, egal, setz du runter, oder? Ja, dann ruhig mal an ja, die hätt ich dir geben können wär zu aber, was soll ich denn dann wär zu volle Rüstung, ne, die holen können hab ich doch ja hab ich hast du da hättest du dir noch Revolver holen können scheiß auf den Revolver, halt Taser hätt ich mir noch holen können okay, geht alle B ich geh A okay okay, hat der denn ne Echo? ey, ich glaub der hat ne Echo gemacht ich komm ich komm okay oh 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 wo ist der run hinter dir ist noch einer CT Spawn ist 1 auf der rechten Seite purple und orange die sind da beide, wieso sind da ist noch einer äh, um der Ende Corner also er war rechts er war rechts aber sie hätten ihn mal machen sollen als er noch rechts war oh man oh, bei dir haben wir aber auch nen Bot ja, aber erst jetzt ja, und ausgleichen wir rechts wir haben 3 Zuschauer, juhu ja, wir sind famous, ja ja, wir sind famous okay, so warte mal okay Animator ne 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 5-7 1 Mann E-2000 E-2000 Drei natürlich Ja, er läuft dahin wo ich war ich kann mich noch verteidigen dann muss man so geholfen ich habe noch drei die bei das mittel wir haben trotzdem das muss man zu gehen ja ich muss den vortrag m die ich habe trotzdem noch zu leben rührenden kräftig warum wir schon gemacht dem job Team der Potsch ist vor mir! Es ist eingetroffen! ich würd mich schämen ey du hast doch zu beigetragen mit einem Kill ja ich weiß 5kicks, es ist Halbzeit gewesen ne? Du hast gesagt du drehst auf ja das kommt jetzt, aber wieso geh ich eigentlich B, Alter? das weiß ich nicht das weiß ich nicht warum sie bei Gehirn das war so ein kleines Baby ich treff mal richtig okay Mütze einer ist, einer ist, zwei sind es wie es, äh es a es a es a ist einer durch? jungen, beleugen sie sich! jungen, die Sache, ich fick ihn, Alter! ohne Scheiß einfach so OP aber bitte nicht so fest wo ist er denn? gib mir deinen Revolver wo ist der Revolver? das war nur ne Glock da, ah, da lag er ich kann eine Waffe einfach ich kann eine Waffe einfach schweiß, Alter ein Reapons thank you i go in i go A, i go A ja, geht gehst du A oder soll ich B? äh, okay, dann geh ich B hin Junge, Junge, Junge dreckiger Bot, wartet der? oh, okay, die erschießen sich schon job, das ist nice endlich ich hab einen Kill gemacht ich hab einen Kill gemacht oh, left side, left side nice das ist schön, dass sie sich gegenseitig killen ah, der eine ist wieder da, ne? die haben keinen Bot mehr naaah, das ist so schlimm um um ich bin ich ja immer für dann noch wo er uns hat den schweizwort wer flammt da ist das schon wieder orange oder so ein flieger und seiten Why? Why he not seen? Why he not seen? Lange mal, so chillen Relax your life man, it's only a game Ok, ok, I relax Relax, relax I relax Lachs One guy banana Was? Wie so? Ohne sch- Ey das bitte Nimm den Bot nimm den Bot Ja ist der Kult, der schon Ah Ja der eine für uns das war K Was für k Ah Blog Kas sagt Was für k Jungen John BombistB Gb gb ok Die gehen Alle drei Mann Um In dies im Ok zu ihrer Rechten ist einer du bist so inkompetent Junge inkompetent wenn du schon mal sieben Kills ja immerhin ok der hat mal keine Money mehr und niemand kann mir was droppen dann gib ich den Revolver der Bot kommt sich den Negev ey das ist gut ey lass den mir mal nach ich kann mir nicht den Negev spielen also merkt euch Negev geht immer auch ohne Rüstung Negev Negev regelt Pentakill incoming es hört sich stark nach A an ich glaube A gar nicht oder die auf jeden Fall sind Flechs geflogen A ist niemand aber mit seiner ja dann lass ihn mit ihm sein hör mal auf zu steppen ich steppe es doch gar nicht nein 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 die Gmb na halt Bombe ist ich bin so sche... egal ich hab die Negev jetzt aber der geht Apartment der ist AG in Apartment oder hast du ihn? ah man aber der eine ist noch Apartment der ist noch nicht der verkackst nicht mit der Negev der verkackst nicht mit der Negev Spray... ok ja der letzte Mann ist eh ja er ist mit ja ja das Bombe ist Apartment oh mein Gott Mann was machst du denn? egal lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, der rastet sonst richtig nein nein komm du kannst es shut up du bist super Mann du hast die Schnauze, Mann ich kann mich da auch nicht konzentrieren ohne Flag wieso geht der denn in den A-Cop mit der A-Cop vielleicht regelt er es oh mein Gott, Junge was machst du denn, Mann? was machst du denn? rechts, 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 rechts rechts, rechts, rechts nein sorry Bro sorry Bro sorry Bro sorry Bro ich lebe das, right, 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 right Junge, der war auf einmal überall wo er hingeguckt hat, weil man dann hinter ihm, ich weiß, oh mein Gott ich bin mir so Revolver, Junge nein, Mann doch, kauf dir eine Revolver, du kauf dir eine Revolver nein damit würdest du nur Erster werden natürlich left, 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 right, 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 behind, behind der muss Jo verharrst er hat so viel verfordert, Alter aber ich wusste auch nicht mehr wo er war ja, aber so was, einer 1 ist 1 ist rushing, ey ok, warte, warte, warte da ist einer Putz, Alter in dein dicke Gesicht easy, Alter aber wollen wir klären ey, der hat ja ak, genau die rinns gebringt es gibt hier die 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 werte warte ich diese auf meinen er mit wo die Sativa, ja. Soll nur Angst machen. Weißt du? Da konnte er sich nicht mehr konzentrieren. Ja, das ist toll. Ehm, One hat nur 10 HP. Er ist in der Mitte. Auf der rechten Seite. Yeah, nice. Oh, er hat nicht gesagt. Stopp. Er hat gesagt. Er wird safen, oder? Wird er safen? Er wird nicht safen, er will fighten. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Heidt du? Shut up! Schließe. Ok. Oh, der ist noch gestorben. Ja, das ist schonmal gut. Jetzt kann ich mich endlich mal tun. Ah, jetzt werde ich mir auch wieder was kaufen. Nein, ich brauche mir ne Scout. Gibt's hier die Rückkau... Gibt's hier keine Rückkaufoption? Wie bei Noll. Oh mein Gott, ne dickes... Ja, was soll ich dazu sagen? Du ne Scout. Das wird sicher. Egal, dann muss ich... Ja. Wieso pushen die auch auf BLM? Was? Wie? Wo? Alter, unten. Boah, schieß ich! Scheiße! Oh mein Gott ey, Kopfschuss! Ah, Two Guys Apartment. One is left side here. Oh, das war nice. Oh! Das war der mit 4 Leben. Ey, den hätte ich haben müssen. Das war richtig scheiße von mir. Position ist ein bisschen scheiße. Ne, nicht unbedingt. Man sieht ihn von links nicht so leicht. Durch den Pfeiler hier. Oh mein Gott, der beste gegen... Unserem besten Bot-Spieler. Oh! Ah, da haben wir nicht noch! Das Problem! Das Problem ist, die engen Tür. Schau! 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 Ja, was ist denn ein Eiwein? Ja, immer Cojones zeigen. Er kann doch von hinten kommen! Also kann er von hinten! Er kann doch den Balkon hoch! GG, jetzt hat er die Bombe. Egal, er muss pläten. Er hat die Bombe nicht. Das war... Nice! Oh... Oh... Das war gut. Dankzellas. Naja, er hat ja gesehen, dass sie Bomben nahmen von links. Das haben sie mit ihrer Scout wohl nicht gesehen, ne? Ich schaust du mal. Das ist der Boss hat ne Arme. Move it, move it! Nein, das wisst du mal, was er gerade gesagt hat. Ich glaube, er hat gesagt, Bot gibt mir Weapon oder sowas. Okay, Orange is pushing. Orange is... Scheiße! Ist der denn. Ja, ja, ja. Fuck. Ehh... Wieso ist denn der Bot tot? Der Bot ist nicht tot. Doch, ist er. Natürlich ist der tot. Würste nicht. Der Bot ist nicht tot. Doch, ist er. Ja, keine Ahnung. Pass auf, die sind schon A drauf. Keine Scout. Warum nicht? Rechts, rechts, vorne. Ja! Läuft bei ihm! Einsch... Oh! Tja, er ist verdient Zweiter bei denen. Siehste, auch ein Schuss. Nein! Ein Schuss ein... Wir verlieren wegen diesem gelben Bastard. Nein! Nein! Die sind Hundesohn einer Hündin, ey. Äh... Ja, was? Ja... Auch gut? Ja, ey, Revolver, ne? Oder Scout? Nein, mein Revolver, alter. Revolver, Alter. Revolver, ich weiß. Revolver ist die beste Waffe. Sag, sag, sag. Ja, unser Dings hat das... Egal. Ja, wer den übernimmt. Ah, manchmal bin ich richtig gut mit Discord, aber... nur manchmal. Manchmal auch nicht. Pass auf! Nicht so waschen! Ach, ich bin so scheiße! Einer ist durch! Was der? Ey! Der ist schon durch. Ich bin so kacke mit dem Revolver. Ach, ich will nie jedes Mal spielen. Cityspawn. Die gehen wahrscheinlich B. Ah, mir ist bin ich probiert. Ach, das ist nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, dieser linke Schuss... Mit einer Diegel wär er tot gewesen, ich war voll drauf. Aber dieser linke Schuss braucht zehn Jahre. Rechts, rechts, rechts! Da drückt er links! Wie ich jetzt! Ja, ich weiß nicht! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Knick, knick. Ah, ich kann das machen. Safe einfach, ist zu spät. Aber man merkt, ich krieg dieses knick, knick, knick. Immer linke Maustasten drücken. Er wird kommen. Ja, natürlich kommt er. Er will, er will. Nein! Wuh! 2-2. Hey, du wirst nicht vor dem Brot. Nein! Ja, also... Ja, wir müssen kaufen. Ja, ich weiß nicht, was ist worden. Halt die Fresse, Junge. Du Mischgeruch. Jungen, der Bot soll mal warten und nicht pushen. Zuck! Du Hurensohn vom Bot, Alter. Ja, zuck! Guck! Wo ist B, wo ist B, wo ist B, wo ist B, wo ist C. Wo ist der Bot? Hast du den? Was ist B? Fack! Scheiße! Scheiße! 1 ist A. 1 ist, ja. 2 auf der rechten Seite. Er rief. Ich denke, es ist B. Ich glaube, es ist B. Es ist B. Es ist B. Oh, da war er. Stab doch noch mehr! nice steps man das wird in die arfe oder da oben sitzt oder darunter saß er das hätte man so easy gewinnen können dieses game weil gut die ersten beiden drücken hart von denen aber wir hatten auch ein gutes teammitglied das hat gedrückt hat in den orangen immer rein immer feste truf jung wieso könnt ihr ganze zeit nur den revolver kaufen jungen die kommen sich jeder unter dem revolver und haben kein geld mehr was ist da los bei denen ich kaufe mir ständig waffen erinnert waren als heizemol die mussten können warum verstehe mein appartement muss man nicht mal stehen bleiben april ist wieder in der arfe heftige brise jungen Ok. Wow, was ne Flash schon wieder. Nein, lass nur in der Mitte. Na, wieso gucken die schon wieder? Ohne Scheiß. Boah, Junge, diese Flash. Was? A la, wie? Wo? Er weiß einfach, dass ich da bin. Ich seh schon wieder gar nichts. Er guckt wie die Brille. Ja, sorry, aber gegen Flash hilft das nicht. Sonne Brille. Hey, ich komm, Flash. Ich guck wieder, Flash. Und noch mal ne Flash. Boah, Scheiß. Egal, einfach die Swag-Safe rausholen. Ein bisschen Swag verteilen. Let's go! Komm her! Starke Runde. Von dir, Tim. Du hast dich echt gesteigert zur ersten Halbzeit, muss man sagen. Ja, sag ich doch. Hättest du so die zweite gespielt, dann wär deine Karte gar nicht so scheiße. Oh, ja. Was macht der denn da? Der führt ja richtig Krieg. Oder wo bist du? Den hol ich mir jetzt. Da rechts ist der. Ist das die erste. Junge, da ist doch noch einer! Junge! Easy, easy. So war das geplant. Genau so und nicht anders. Oh, jetzt Regen. Was hab ich? Ich hab nur Mono, Alter. Ich könnte nur hoffen, dass es B ist, Alter. Er steppt noch mehr. Ja, ist A. Tja. Scheiße. Ah, verkackt. Du hast keine Fuse-Kids. Nee, doch. Ich hab. Doch. Aber ist zu spät. Egal, einfach rein da. Dann durch. Hallo, Uckbar, man. Hallo, Uckbar. Ach, die haben. Hatte man holen können. Hätten wir nicht so ein Missgebot im Team gehabt. ich hätte es vielleicht auch ein bisschen besser spielen können müssen sollen wir ja also wenn die einen adler haben dann will ich gar nicht wissen was unser gelber war wahrscheinlich auch obwohl wir keinen gold vier spieler ich bin abgestiegen letztes man sieht sich beim nächsten mal